So, wir gelangen nun zur dringlichen Behandlung der schriftlichen Anfrage 350 J. Es ist 15 Uhr, die reguläre Tagesordnung wird nun für eine dringliche Anfrage unterbrochen. Hoppla! Also, was zum Teufel tue ich da heut? Die Parteien sind voll mit geschissene Leid. Die Dumme, da bringt einen zum Rähn. Ich tät's am liebsten vor der Tür klären. Hoppla! Weid da links o' mir. Hoppla, ob ich rechts, hier bin ich. In mitten von nem Schmafu! Ja, wei, in mitten von nem Schmafu! O' ich frag mich, was den ganzen Tag tun? Es ist schwer, nicht zum Lachen, wenn's zu hören wird. Was die sagen, ja, das meinen die Ernst. Angersagst, noch rechts o' mir. Bücher habe links, hier bin ich, inmitten von dem Schnappbuch Hau mir alle bitte, da nicht wurscht, auf grün schaut's rad am blaue, hey Bei euch alle falschen Flaschen, sprich mir's fein auf in der Tasche Also bitte halt zusammen, bitte schleicht's euch heim Das Nazitum war früher am Mai, heut geht mir das ein Einzelfall Ein Konsenswind zerschwammel nie, da hilft auch keine arme Bartherapie Links und nur euch ja, rechts, Ibiza, hier bin ich, inmitten von dem Schnappbuch Ja, well, was tun wir, höchst rot, sieht man sicher nicht die Menschlichkeit, sondern jeder über 60 Jahre Mit grün tust man gar nix, das kriegen wir Schwarz die kiesel Festplatten lässt, lasst die draufzahlen, weil du nicht reich bist Und bei den blauen, naja, da musst du ein bisschen Angst haben um die Kronenzeitung Aber muss ja wohl sein, oder? Hau mir alle bitte, da nicht wurscht, auf grün, schwarz, rot und blaue, hey Weil ich alle falschen Flaschen, sprich mir's fein auf in der Tasche Also bitte halt zusammen, bitte schleicht's euch heim Gemeinsam statt gegeneinander Mehr Hilfe für den Mittelstand Mehr Liebe und Besonderpräsent Wahrheit leibend, wenn's aus zuhochen käns Durch bin's mit dem Handy, tratschen, tun ich links, hier bin ich In mitten von dem Schnappbuch In mitten von dem Schnappbuch In mitten von dem Schnappbuch Hier bin ich In mitten von dem Schnappbuch In mitten von schnappbuch Kannst nicht in mitten von Schnappbuch idgest